Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Cuba. Heute stelle ich euch unsere neuesten Produkte aus unserem Online-Shop vor. Die exklusiven Ron de Cuba Varadero Roms. Wir haben vier herausragende Sorten für euch im Angebot, die alle in der renommierten Cuba Ron Fabrik in Santiago de Cuba hergestellt werden. Lasst uns loslegen. Jetzt präsentiere ich euch den Ron de Cuba Varadero. Einen dreierigen weißen Rum. Den haben wir hier. Dieser kristallklare Rum ist perfekt für das Mixen von Cocktails, aber auch Longdrinks geeignet. Die Rohstoffe für diesen erstklassigen Rum stammen ausschließlich von Zuckerbauern aus der Provinz Santiago, die persönlich vom Brennmeister besucht werden. Die Melasse wird von Zuckerproduzenten in der Serra Maestra in die älteste Distillerie Cubas, die Nave Don Pancho, geliefert. Vermarktet und exportiert wird dieser exklusivte Rum vom staatlichen Unternehmen Cimex. Probiert den dreijährigen Ron de Cuba Varadero und lasst euch von seinem einzigartigen Geschmack verzaubern. Der nächste in der Reihe ist der fünfjährige Ron de Cuba Varadero. Ein brauner Rum. Mit seiner sanften und goldbraunen Farbe und einem breiten und gut entwickelten Aroma ist dieser Rum ein Genuss für jeden Liebhaber hochwertiger Spirituosen. Dieser hochwertige Rum wird ebenfalls durch Cimex vermarktet und in die ganze Welt exportiert. Probiert den fünfjährigen Ron de Cuba Varadero und taucht ein in die faszinierende Welt der kubanischen Rumkultur. Und weiter geht es mit dem Ron de Cuba Varadero, dem siebenjährigen. Mit seiner milden und weiter ausgewogenen Aromen sowie seiner goldbraunen Farbe ist auch dieser Rum ein wahrer Hochgenuss für Kenner und Liebhaber hochwertiger Spirituosen. Gönnt euch ein Hauch Exotik aus dem ja oder aus der Karibik besser gesagt mit dem siebenjährigen Ron de Cuba Varadero. Ja und last but not least haben wir hier den 15-jährigen Ron de Cuba Varadero. Dieser kubanische Rum wird wie alle anderen auch ebenfalls in der Cubaron Fabrik in Santiago de Cuba hergestellt. Unter der Leitung des erfahrenen Brandmeisters entsteht hier ein Rum, der höchsten Qualitätsansprüche gerecht wird. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt ihr nicht nur die traditionsreichen Rumproduktionen auf Kuba, sondern könnt euch auch auf ein ja unvergessliches Geschmackserlebnis freuen. Erlebt diese Aromen in jeder Flasche Ron de Cuba Varadero, in diesem Fall den 15-jährigen. Das waren unsere neuen Rumsorten im Sortiment. Vergesst nicht, der Verkauf und Versand von Alkohol ist erst ab dem 18. Lebensjahr möglich. Besucht unseren Shop www.derletzte-westcubaner.de und entdeckt diese und weitere exquisite Produkte aus Kuba. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Saludos. Ciao.